Also mein Name ist Atanasia Moraitou, ich bin 14 Jahre alt und ich spiele im Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Mein früherer Verein war FSV Weibling bei den Jungs und mein Ziel mit der Mannschaft ist, dass wir in die Bundesliga aufsteigen und Meister werden. Und mein Ziel ist also in der Nationalmannschaft zu spielen und verletzungsfrei zu bleiben. EnBW. Energie braucht Impulse.